Hallo zusammen, heute zeigen wir euch einen Wasserkocher von der Firma Hadeon. Los geht's nach dem Intro. Heute zeigen wir euch mal einen richtig stylischen Wasserkocher von der Firma Hadeon. Er ist durchsichtig und ist auch blau beleuchtet. Wir gucken jetzt mal wie lange das Wasser ungefähr dauert, bis es komplett erhitzt ist, also sich auch automatisch abschaltet. Wir haben ihn aufgefüllt mit kalten Wasser und 1,7 Liter Füllmenge. Dann starten wir das Ganze mal und los geht's. Vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Aktiviert außerdem die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn neue Videos von uns online gehen. So, knappe 5 Minuten 55 hat es jetzt gedauert. Das sah optisch schon mal sehr schön aus. Pachen wir uns auch mal jetzt einen Tee. Jetzt zeigen wir euch auch nochmal das Licht mal ein bisschen dunkel und machen den gleich nochmal an, dass ihr auch nochmal die Lichteffekte so ein bisschen sieht. Also sprich, das blaue Licht. Machen wir mal ein bisschen zurück. So, ich denke, das kann man jetzt ganz gut erkennen. Ich mache nochmal an. Ja, jetzt sieht man das schon viel besser. Ist auf jeden Fall ein stylischer Wasserkocher. Den kriegt ihr aktuell bei Amazon um die 33 Euro. Den Kauflinke packen wir euch in die Infobox. Da könnt ihr natürlich gerne auch kaufen. Aktuell gibt es auch, glaube ich, irgendwie eine Vergünstigung, wenn ihr den kauft. Von daher, wenn ihr auf der Suche seid nach einem stylischen Wasserkocher, der auch schön heißes Wasser macht, seid ihr hier gut aufgehoben damit. Vor allem wenig Plastik verbaut, sodass wirklich das Wasser auch nicht den Plastikgeschmack annimmt. Wichtig ist, dass der auch immer diese Optik behält. Ihr solltet den schon einmal im Monat reinigen, den Kalk entfernen. Je nachdem, wie kalkhaltig euer Wasser ist, dann eventuell sogar mehr. In der Anleitung steht, meine ich, drin einmal pro Monat wäre wohl empfehlenswert. Falls ihr Fragen habt zu dem Produkt, schreibt die gerne in die Kommentare. Dann helfen wir euch gerne weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 T schneller! T празд! T residency! T после! Untertitelung des ZDF, 2020